dennoch um MSR Munition MRS Munition ne leider nicht jeweils ein Magazin SD und nicht SD einmal Lapura und einmal Winchester siehst ja selber hör doch hier hast Stefan wir sollten wir sollten wir müssen zum Trailer müssen uns Radios holen und wir müssen müssen unbedingt nun zu kaufen für die jeweiligen Waffen oder einfach nur mehr dmR Waffen kaufen oder dem Erdenkopf und zwei Millionen Magazine das sind 30 Schäden in den 1 11 und die 107 bitte aber die erste Idee ist was weiß ich es gibt Prozent mehr gibt es aber nicht immer wieder ist aber ich bin der Monat okay ich bin dann müssen sie schon sagen wenn man kann zu sieben hier verkaufen er kann so werden sie haben es hat mich über die Bände Prozent nein ich bin ich mit einer Neutron der Hauptsache nur Pluspunkte und ich bin leider keiner mehr weil ich die Gäste in der Städte die Kombi von Schlosser macht man jemand auf ich mache allgemein schon wegen dieser wunderschönen der Verstärkung Daniel Stimme Nimm's nicht persönlich Daniel ich hab' dich auch lieb'n da sind da sind äh nix nix dankeschön Zombies ganz viele hey 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 draußen bleiben ja haben wir jetzt ne Leiter hier hoch schon dass das äh nein 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 okay überhaupt alles dabei da ist leicht fehlkonstruiert doch so viel ich dachte man könnte die Metallböden wieder dekonstruieren was aber leider nicht kann ne aber können wir rein theoretisch nicht hier in indoor mäßig ne Leiter reinbauen mhm ja durch die Decke vom Haus aber dann kann auch jeder jeder der auf dem Dach landet kann auch durch die Leiter dann rein ne ahja also müssen wir dann rein theoretisch nochmal ne Tür dazwischen setzen oder wir bauen einfach hier so ein so ein Dreiecks das ist auch gut hier das ist äh awesome ähm erstmal hallo an alle die jetzt gerade im Stream zuschauen wir sind heute zu siebt unterwegs und und alle so hey wir haben nen Hund wir haben ein Haustier wir haben ein neues Haustier was Steffa ist da oder wie ne 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 ich bin kein Haustier danke hey Adam how are you streichel mich oh warte mal ich hab's kaputt gemacht warte mal du hast es kaputt gemacht streichel mich oh mein Gott okay töte mich es muss kastriert werden hab ich gehört oh ich hab mir eine Fehlermeldung bekommen danke euch ja hab ich auch instant kastration und so was mir geht's gut nein ich stehe lieber auf alles cool sind bei euch die Waffen hey Adam how are you if you want to see how ähm cotton place Daisy you must look for this this person in my stream of course this is cotton oh Steffa du siehst echt aus wie ein Frosch your English is very well man yeah I know my English is wonderful wonderful not the yellow from the Ecke not the yellow from the Ecke genau boah ähm Daniel ja wo bist du meine bessere Hälfte aus ja ich wusste es schon immer was was naja seine bessere Hälfte naja klar so wer ist jetzt der 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 mit dem also das das ist Ivan was ist mein Hilfstuhl können wir uns alle mal ganz kurz friendly taggen na du damit ich wenigstens die Namen sehe naja du auch da wenn ich euch anwähle was hast du ah ja boah jetzt hier groben kuscheln oder naja hey 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 ich warte zuerst da anstellen ja groben kuscheln das ist zu spät 50 coins 50 coins 50 coins kannst du haben über den Preis müssen wir nochmal warte mal 1 2 3 4 dauerhaft weg wenn ich ihn versuche friendly zu taken hier achso ich war das dann bleib ganz brav stehen wer schießt denn da hinten schon wieder die ganze Zeit ich so also einer fehlt mir noch ey was für ein Armer ist der Haufen ey achso ähm alle in den Blackhawk und dann Shopping oder wie wollen wir das machen also ich hab ein Briefcase bei die sollten wir aber ein paar Briefcases mitnehmen damit wir viel Geld haben ja 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 bestimmen wir euch die Waffen nochmal äh oben in dem Safe komm mit wie geht's eigentlich hier hoch also ich hab's vergessen schreib mich gleich nach geht's gar nicht so ja wir kommen wir kommen gleich nach draußen ist cool nein oh Gott wer hat sich jetzt die Knochen hoch ich 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 bin durch die Fallen lebst du noch naja ok du hast hier äh drei Sorgenmänner die blicken dich wieder zusammen kann ich denn das ist ein super Auftakt das ist du bezeuge dir durch Glanzleistung beim Spiel er soll flach er ist mal flach das ist Wahnsinn einfach oh Daniel du bist so eine Drecksau das das ist von dir sowas wieder kommt ey ich hab's immer alle zu schwein ich hab hier ne Verbündete ja ich hab hier nur Morphium reingesteckt ja ja ich hab hier nur Morphium reingesteckt sie ist in der Joby Fall ich bin ich bin ich bin ich bin es ist nicht ein bisschen gerade ha 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 und sie rennt durch die Wand bei mir also ich bin es mehr kommen wir dann war anzunehmen der Mann sind hier tut sie noch weh ach wo bist du wer da oben da wird du nicht ganz oben hierher hierher oben da kommt mich zu dem Blackrock läuft auch nicht mir gegen die Treppe könnt ihr mich mal abholen wie kommen hallo du musst durch die vor der Tür und dann links halten nicht aufs Dach und dann da einfach die kommt einfach reingeschüttet hierher raus die meisten haben leider noch keine Munition komm schaust du schon nicht ach so du wolltest ach ne Quatsch du liebst doch äh standardwaffe ja ähm die liegen im Haus so rum äh nein aber wir haben wir haben eine ganz tolle eigentlich in dem 1 safe hier drin äh alles klar alles klar und wann macht sich der Ameisenhaufen auf äh loszuziehen geht sofort los oh nein ich will nicht an Ganner nein pui ich darf ja nicht J-Tech nehmen wie gedroppt deinen Rucksack ach hier ist sie ähm die MK16 nimmst du bitte bewegt euch nicht aus mit den ganzen Standard-Max hier drin Frauen Frauen brauchen ein bisschen länger das solltest du wissen wir gehen shoppen äh ich weiß deswegen ist Daniel auch noch nicht da also ein bisschen was ich bin im Hubschirm ach so und ich muss warten bis das Getümmel da weg ist damit ich den Autoschlüssel wegpacken kann sie ist sicher wie viel Sex äh wie viel wie viel Briefcase soll man nehmen so viele wie ihr braucht ne also 100 108.000 Coins sind äh in einem Briefcase drunter und 30 sind ne 30 doch 30 Gold sind hier im Heli hey der HK417 cool mag ich aber wer wer hat die Night Vision rausgenommen? ich nicht ach ne da ist sie ne da ist sie auch nicht nicht jetzt dem nicht? ich will keine Antwort darauf mhm darf die jetzt probieren? was mach ich dann? ne 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 ich probier dann jetzt ne aber ach so du hast noch gar nicht probiert ok wie heißen die Dinger? okonomiyaki okonomiyaki ach so mega geil scheiß egal scheiß egal es muss 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 ob er hätte damit gerichtet so wo ist der Heli? eine V 2 bei DIN hinten Richtung Haus Richtung Haus hinter Haus hinter Haus in der Mada ach dann kann ich ja durch die Hintertür rausgehen hahaha ja wir sind ja unsere ich bin drin ja ich nicht du bist drin ja einer kann von euch bloß der Mann sein also jetzt ich bin in keinster weise der mann nichts nichts ist so ne tussi ja absolut also ja schon interessant gemachte fingernägel und ja warte warte andere irgendwo ihr seid ja auch ein haufen chaoten ihr rennt ja nur aus der tür raus und lasst alle türen hier außen ja ich will nicht mal code für irgendwas wo denn was hast du gerade gesagt was ist von welcher aus Richtung äh die haustür muss ja auch abgeschlossen sein ne aus welcher rechts ich weiß ja nicht wo du dahin guckst ich weiß ja nicht wo du dahin guckst vom heli aus gesehen rechts war es nicht gut ey komplikation läuft das lieber nicht sagen bei ihm ist zuhause auch immer alles aber ich sitze auf dem platz wo ich hingehör gut in perspektive wir haben aber gleich das problem okay fliegt einfach los wir kommen hin sonst sind wir halt alle wieder gut wohin fliegen wir überhaupt ich hab keine ahnung hat welche schwelle kette gelbe kette alles gut ich will nicht wieder sterben ich will nicht wieder sterben ich will nicht wieder sterben alter willkommen in die sieben alter und herren herzlich willkommen bei der swiss airline unter dem tisch alter da ist die kotze noch vom vormann was soll ich jetzt damit machen soll ich dann noch mal reinkotzen haben wir die tüten ausgelassen also die gegen eine tüte neben mir aufhalten hat so eine tüte um den kopf der kopf raus stepper pack dein handy weg aber ich bin der piratensender und zu ihrer rechten sehen sie das wunderschöne städtchen ich habe ernst nicht überlebt das kleine hotel so ich muss kurz ein wichtiges telefonat führen ich bin gleich wieder da ich weiß nicht mehr und ist nicht abkürzeln wichtig aber ja es ist wichtig du hast du nicht mehr schäfer auf dem dach oder daneben und mit der musik um ein kathlet werden alle stelle ich glaube so wir haben überlebt wir haben überlebt wir haben überlebt ich küsse erstmal den Boden ja bloß fernhalten ne ja Antrax nicht so gut ja Antrax ist ein bekommt er nicht so gut was ist Advanced Trading oh Gott kannst du draufklicken oh Gott ist gut dann kannst du es alles hinterziehen das ist mir zu kompliziert ne da sind sie da überhaupt Trade from Backpack 15% äh Präsent Tax cool du kannst auch per Advanced Trading einfach so machen also das dunkelblaue anklicken es geht erstens schneller und zweitens äh zahlst du da keine 15% weder mit mir ich war nicht ach das ist ne geht doch so was hast du ne ich will dein Gear Nein Buy ich hab's gecheckt ich hab's gecheckt Alter äh die Waffen meine ich jetzt nicht ne es funktioniert ach ne quatsch ich hab ein Radio wer wollte alles ein Radio wie viele Radios brauchen wir dann kaufe ich jetzt Radios ich hab auch eins okay wer braucht Radios bitte einmal vier Stück also du musst vier Stück extra kaufen vier Stück also du musst vier Stück extra kaufen okay Stefan hat auch keins ich hab eine Frage dann füge ich jetzt mein Briefcase hier umgewandelt du gehst auf Paddler Menü oder so alles klar ich hab's geschnallt ich bin fast nervös wenn da einer mit Giletsch ich hab ein Briefcase mitgenommen gehabt willst du mich verarschen Rucksack vielleicht oh das sind nur 90 Gold oh willst du mich verarschen Ivan Ivan ich bin der Mann mit der lustigen Kapuze komm mal her komm her zu mir ich hab wo bist du bist du oben oder wo bist du ja ich bin oben ich bin hier bei den Paletten alles klar ich bin da und wer ist das hier oh er er gibt mir grad auf den Sack warte stillhalten wie viel brauchst du äh ab äh 10 Gold äh meint das reicht also das sollte reichen das erste alter ne na dann nimm den Briefcase wenigstens als Entschädigung ich denke das hast du nicht dabei ich hab den Briefcase dabei aber der ist nicht voll deswegen kann ich nicht eintauschen du musst ihn nennen er in der Partie ist Posten und Muskeln ja entlernen wird dauert diesen 300 Jahren und dann bis sie jeden einzelnen Handlungsschritt da hier gemacht hat ordentlich auch mehr so ist das hier mit dem Halbgeli das müsste glaube ich Batterien 1 ich bin der volle GD okay dann ist Antrags der Mannheit g Schindler aus einem Ausland und mein Gott sich eingeloggt er hat man antrags ist antrags ist Daniel hast du irgendwer andere ist alles klar hast du nicht was habe ich das brauchst du so also ich habe jetzt glaube ich genug Radius wie viel hast du gekauft weiß ich nicht ich habe genug Radius wie viel hast du denn keine Ahnung wir sind ich habe ich habe ich habe ich habe zwei stück aus